Was ist der elementarste Marker rechter bzw. linker Politik? Ich stelle folgende Vermutung auf. Rechte Politik ist gekennzeichnet durch Elitismus und die Hinwendung zu einer Hierarchie. Wie sich diese Hierarchie ausgestaltet und begründet, das kann sehr unterschiedlich sein. Denkbar ist ökonomischer Erfolg, militärische Eroberungen, ethnische Parameter, intellektuelle oder geistliche Originalität. Ganz egal, aber in jedem rechten Weltbild tritt auch eben als Charakteristikum die aktive und gewollte Etablierung einer Hierarchie auf. Und die Betonung liegt hier auf aktiv und gewollt. Jedes denkbare System bildet eine Hierarchie aus. Aber die willentliche Modellierung und Verteidigung des Bekenntnisses zur Herrschaft, das ist rechts. Demgegenüber versuchen Linke diese Hierarchien im Namen einer Klientelklasse abzubauen. Ich würde sagen, sie versuchen die Hierarchie, die sich nicht abschaffen lässt, durch eine zu ersetzen, in welcher sie selbst oben stehen. Aber ich gestehe auch zu, dass die Linken selbst das anders sehen und fühlen mögen. Sie selbst mögen das nicht immer bewusst anstreben. Es ist nur zufälligerweise stets das Endprodukt ihrer Bemühungen. Hier hätten wir schon das erste Schizo-Element. Denn wie gesagt, ich glaube, das ganze linke Projekt war immer und wird immer eine Psy-Op sein, Machtstreben zu verschleiern. Weshalb es vor der jüngeren Neuzeit, die dies erst nötig machte, auch keine wirklich großen linken Bewegungen gab. Aber das ist nicht der Punkt, auf welchen ich im heutigen Video hinaus will. Vielmehr möchte ich heute den Klientelaspekt betrachten, welcher dem linken Handeln zugrunde liegt. Es ist ja offensichtlich, dass es für unseren politischen Gegner immer eine revolutionäre Klasse gibt. Einst waren dies die Arbeiter, heute ist es eine Koalition aus Migranten, Frauen, Nicht-Heterosexuellen etc. Die Altlinken vom Schlager einer Sarah Wagenknecht sehen darin eine Schwäche. Sie meinen, soweit ich das überblicke, die Linke hätte ihre Ursprungsklientel vergessen oder verraten. Ich allerdings würde argumentieren, dass es für den politischen Erfolg und auch für die Art des Erfolges erstmal günstiger ist, sich umorientiert zu haben. Jetzt könnte man dafür als Grund nennen, dass die klassische Arbeiterschaft im kohle- und stahlfördernden Ruhrgebiet nicht mehr existiert und deshalb eine Umorientierung nötig war. Die einstige revolutionäre Klasse hat ihren Teil des Vertrags, Macht durch Masse zu bieten, nicht mehr erfüllt. Also war die Vertragsauflösung von anderer Seite ebenso gerechtfertigt. Aber ich glaube, ein Wechsel war auch noch aus anderen Gründen günstig. Das Problem zwischen der linken Avantgarde und ihrer Klientel bestand stets darin, dass erstere zwar essentiell für die Bewegung waren, deren Kern und Herz darstellten, aber selbst nicht Teil jener revolutionären Klasse waren. Egal ob wir uns jetzt Karl Marx oder Theodor Adorno oder Gudrun Enselin und Ulrike Meinhof anschauen, das waren alles Intellektuelle mit bürgerlichem oder sogar großbürgerlichem Hintergrund. Keiner von ihnen war Arbeiter und schlimmer noch, keiner von ihnen konnte realistischerweise Arbeiter werden, wenn sie mit ihrer politischen Kampagne fortfahren wollten. Meine Theorie bzw. die Annahme, auf die ich mich beziehe, ist, dass jedwede weltanschauliche Bewegung, wie auch jede andere Organisation, stets ein Selektionselement nach oben hin aufweist. Dass also an der Spitze, statistisch gesprochen, Menschen stehen, die eine höhere Intelligenz, eine höhere Durchsetzungskraft, besser ausgeprägtes rhetorisches Vermögen, mehr Talente aufweisen, die in Führungspositionen eben entscheidend sind. Teilt man die Gesellschaft nun aber in Arbeiter und den Rest und erklärt sich selbst zum Fürsprecher der Arbeiter, dann erzeugt das Spannungen, weil man ja selbst eben nicht dieser Klasse angehören kann. Es hat einen Grund, weshalb die meisten Arbeiter Arbeiter sind und selbst wenn wir einen mit Talenten überreich beschenkten Handwerksmeister vor uns hätten, dann müsste im Zuge seiner politischen Karriere das Arbeiter-Dasein ja dennoch an den Nagel hängen. Kurzum, diese Differenz zwischen Repräsentantenschicht und Repräsentierten ist bei der klassischen marxistischen Gesellschaftsaufteilung schwer zu beheben und auf die Dauer auch nur schwer zu rechtfertigen vor dem unvoreingenommenen Auge. Die Rechten haben es dafür leichter. Sie haben kein Problem mit Hierarchie. Ganz im Gegenteil sogar. Wenn Sie für eine Klientel sprechen, besteht keine Notwendigkeit, sich die Legitimation dafür erst zurechtzubiegen. Ich bin der Fähigste der meinen und für mich und meine Subjekte will ich nun Erfolge erzwingen. Wer damit ein Problem hat, der tritt doch vor und wir werden sehen, mit welchem Recht. Es ist ideologisch einfacher, Macht zu akquirieren, wenn die eigene Ideologie den Besitz von Macht nicht für unmoralisch erklärt. Aber nun hat, wie gesagt, ein Wechseleinzug gehalten. Es sind nicht mehr die Arbeiter, die vertreten werden sollen, sondern andersartig unterdrückt der Menschen, deren Unterdrückungszustand allerdings nicht notwendigerweise, jedenfalls viel weniger stark, das eigene Machtstreben delegitimiert. Ich kann homosexuell sein und da ob unterdrückt, in fünf Anführungszeichen, und immer noch herausragende Führungsqualitäten besitzen. Ich kann auch viel leichter behaupten, homosexuell zu sein, ohne dass man dies leicht überprüfen oder an feststellbare Kriterien binden könnte. Deshalb auch dieses absolut irrsinnige Wachstum bei der Identifikation als Queer. Gleiches gilt für den Migrantenstatus. Es ist aus linker Sicht also viel, viel angenehmer, ihre Klientelklasse so zu definieren, dass sie nicht mit ihrem Führungsbegehren in Widerspruch steht. Aus diesem Grund beobachten wir in letzter Zeit auch diese Verachtung, diese riesige Distanz zwischen dem Autonormal-Willi auf der Straße und der politisch linken Klasse. Letztere haben einen Weg gefunden, die Vorzüge des rechten Weltbildes, sich mit sich selbst identifizieren zu können, zu verbinden mit dem Narrativ des großen Altruismus im Dienst der Anderer. Und wer dagegen steht, der ist nicht nur ein Mitbewerber um die Macht, sondern eben zusätzlich auch noch seelisch verkommen. Das mag nicht ewig so weitergehen können, aber auf die kurze und mittlere Distanz ist das schon ein großer Vorteil. Ich will hier jetzt nicht schon wieder das IQ-Pferd reiten, aber letztlich geht es auch in dieser Sache erneut in erheblichem Maße um genau dies. Die Linken haben es verbracht, ohne diese Thematik je explizit angegangen zu sein, einen Rechtfertigungsmechanismus hervorzubringen, der die IQ-Problematik adressiert, die fast nirgendwo deutlicher vorherrscht als zwischen Arbeitern und Intellektuellen. Denn die Aufteilung hier erfolgt ja nun mal stark korreliert mit der Intelligenz. In ihrer neuen Welt aber ist diese Differenz nun ein schönes Stück gemildert und aufgeweicht worden. Die Lefties haben hier in gewissem Grade also ihre weltanschauliche Schizophrenie geheilt. Allerdings hatte dies auch einen furchtbaren Preis. Neben der Unhaltbarkeit vieler Lebensentwürfer steht nun die Schwierigkeit im Raum, eine viel ambitioniertere Klientel zusammenhalten zu müssen. Arbeiter und die normale Bevölkerung haben wenig Interesse, noch Aussicht oder Vermögen dazu, den Herrschaftsanspruch und die Autorität der Intellektuellen anzugreifen. Es sei denn, diese Intellektuellen zeigen sich so offen feindlich ihren Anliegen gegenüber wie zur Zeit. Der große Kummer marxistischer Theoretiker, dass die Massen nie so recht revoltieren wollten gegen das System, funktioniert ja auch in die andere Richtung. Sie stellen nie sehr aktiv, sehr effektiv eine andere Klasse in Frage. Der neuerliche Parteitag der Linken hat gezeigt, dass dies zum Beispiel mit der in Zahlen winzigen, aber stark nach Einfluss und Präsenz strebenden Gruppe der Buchstabenmenschen mitnichten so ist. Deren Zahl geht im Gegensatz zu jenen der einstigen Arbeiterschicht, wie gesagt, nicht in die Millionen, aber sie sind auch viel schwerer zu kontrollieren. Auf die ethnischen und religiösen Loyalitäten arabischer Migranten brauche ich hier gar nicht erst zu verweisen. Und bevor ich nun weiter auf die Linken eingehe, noch ein Wort zu gewissen Erscheinungen auf der politischen rechten Seite, welches sich nun auf einmal mit diesem gewaltigen, alleingelassenen Potenzial deutscher Arbeiternormies konfrontiert sieht. Denn wo ich nun schon mal die thematische Gelegenheit dazu habe, will ich gleich den Rundumschlag üben und schauen, ob sich in unserem Lager nicht in Ansätzen eine ähnliche Schizophrenie ausbildet wie einst bei den klassischen Linken. Also wie gesagt, das ist bei den Rechten natürlich nicht ansatzweise im gleichen Maße ausgeprägt, weil hier die Hierarchisierung nicht abgelehnt wird, aber wenn ich mir Persönlichkeiten wie Julian Reichelt ansehe, dann erkenne ich da schon ein ähnliches Spannungsgefüge. Der Herr Reichelt bedient aus seinem YouTube-Kanal in Bildmanier massenfähige Themen, in einer einfachen, theoriefreien Sprache. Leicht verdauliches Futter für die Leute im Arbeiter- und Boomer-Paradies. Was er da tut, ist in Volkstribunen spielen. Die Sorgen, Nöte und Meinungen der Menschen aufnehmen und sie medial aufbereitet an sie zurückwerfen. Was machen die Grünen mit unserem Land? Warum nimmt man unsere eins nicht mehr ernst? Die verrückten, ideologiegetriebenen Linken. So in diesem Doktus. Natürlich ist aber auch hier das Problem, dass Herr Reichelt kein normaler Bürger ist, dass er ganz wesentlich einer anderen Klasse angehört. In der Römischen Republik waren die Volkstribune im Wesentlichen die Vertreter, zum Macht und Vermögen gelangt der Nicht-Adliger, also ein Instrument in der Auseinandersetzung zweier einflussreicher Fraktionen im Staat. Heute aber verstehen wir darunter eher so etwas wie einen populistischen Robin Hood, der dem Volke wiedergibt, was ihm rechtmäßig zusteht. Ich halte so etwas nun nie für ganz ehrlich, weil man eben fast notwendigerweise gezwungen ist, ständig so zu tun, als sei man etwas, was man offensichtlich nicht ist. Ich bevorzuge direktere, offenere, nicht selbstentsagende Herrschaft, bei der jedermann klar ist, wer Verantwortung trägt. Da liegt nämlich die Gefahr des Tribunats. Geht irgendwas in die Hose, zieht sich der Tribun schnell auf den Standpunkt zurück, nur im Namen des Volkes gesprochen zu haben. Und das Volk hat immer recht, auch wenn jeder weiß, dass es weder Recht hat, noch überhaupt an einer Entscheidung beteiligt war. Aber gut, die Leute wollen solche Figuren, da liegt es nahe, dass irgendjemand den Job übernimmt. Das ist noch nicht so sehr das Problem. Leider führt dies nur allzu häufig zur ewig malenden Mühle des sich an sich selbst empörenden Stillstandes. Weil der Volkstribune nun mal nicht dem einfachen Volke angehört, also unter dessen Kondition auch nicht im selben Maße leidet, aber von dessen Aufmerksamkeit profitiert, hat er oft ein unmittelbares Interesse daran, nur diese Aufmerksamkeit zu erhalten, als tatsächlich Änderung herbeizuführen. Deshalb sind Herr Reichels inhaltliche Punkte allzumeist deckungsgleich mit denen der AfD, aus Gründen der Markenprotektion und leichteren Zugänglichkeit, aber springt er dann jedes Mal auf eine Position zurück, die ihn als, ja, was, enttäuscht nicht, wer da ausweist, der hofft, dass die CDU sich eines Tages doch noch ändert. Auf irgendeine Position eben, die ihn für niemanden rechts der Mitte sofort zum Parier macht, aber die sich auch viel schwerer damit tut, effektive Änderungen herbeizuführen. Auch Herr Reichelt benutzt eine gewisse Klientelklasse, der er selbst nicht angehört, um sich Macht zu verschaffen, taumelt dann aber, leider muss man sagen, in eine Schizophrenie, die so ähnlich auch beim intellektuellen Linken auftritt, welcher die Arbeit der Revolution nach vorne zu treiben gedenkt. Government of the people, for the people, by the people, funktioniert eben nicht. For the people ist möglich. Und in einer nicht erbstständigen Gesellschaft, in gewissem Rahmen auch of the people. Aber niemals by the people. Das Volk herrscht nicht, es führt nicht, unweigerlich. Je eher wir das einsehen, können wir daran arbeiten, dass es gut geführt werde und Herr Reichelt kann seine selbstdienlichen Herleitungen ad acta legen, wieso er angeblich nicht viel von der AfD hält. Und ich weiß, dass, wenn man ihn fragte, er sicher argumentieren würde, dass es besser sei, 300.000 Menschen als Julian Reichelt, unabhängiger Journalist, der sie mit ihrer Meinung nicht allein lässt, zu erreichen, als nur 30.000 in expliziter Verknüpfung mit der AfD. Und ich könnte dem vielleicht sogar zustimmen. Ich könnte der Spekulation Raum geben, dass sich Änderungen im außerparteilichen Raum leichter erzielen lässt. Wenn ich denn wenigstens von der Person Julian Reichelt, von seiner Vision oder der Besessenheit seines Charakters überzeugt wäre. Leider aber macht mir sein Amt als Volkstribun das sehr, sehr schwer. Vielleicht wird die Zukunft zeigen, auf welche Seite der Groschen bei ihm fällt. Vielleicht wird sie das für uns alle. Doch, mit Herrn Reichels Worten gesprochen, zurück zu den verrückten Linken und ihrer Ideologie. Mir wurde von treuen Zuschauern Tonaufnahmen zugespielt, welche auf einer größeren öffentlichen Leipziger Veranstaltung mitgeschnitten wurden. Da trafen sich Partei, Leute, Studenten, Vertreter allesamt aus dem sehr linken Spektrum und haben Vorträge gehalten. Ich werde hier weder Namen noch Institutionen benennen und das Material, obwohl es, wie gesagt, auf legale Weise festgehalten wurde, auch nicht abspielen. Zum einen, weil die Tonqualität nicht umwerfend ist, vor allem aber, weil die wesentlichen Punkte auch so benannt und unabhängig ihrer Urheber analysiert werden können. Also werde ich hier gegebenenfalls wörtliche Zitate einbauen und ansonsten im Allgemeinen sprechen. Der Name des Vortrages war Nazis und die Krise und beschäftigt sich mit, ja, das ist schwer zu sagen, mit allem und mit nichts. Es würde mir als Linkem schwerfallen, eine konkrete Strategie aus dem Ganzen zu ziehen, aber ein paar Stücke in diesem Stückwerk sind doch interessant genug, als dass wir sie hier diskutieren können. Zunächst mal ist den Vortragenden sehr wohl aufgefallen, dass sie nicht länger die Straßen dominieren. Jedenfalls nicht konkurrenzlos. Sicher, es gab die BLM-Proteste, Berlin, aber Montagsspaziergänge, Freie Sachsen und Pegida waren und sind keine linken Phänomene. Was sie generell nicht vermögen, ist den Grund dafür, wie vorhin in diesem Video beschrieben, klar zu benennen. Es ist zwar Realität und Fakt, dass die politische Linke sich vom Durchschnittsdeutschen weit entfernt hat, aber die Tatsache in dieser strukturellen Form anzuerkennen, ist nicht leicht für sie. Man kann auf links zwar in beliebiger Länge über die Missetaten des weißen Mannes schadronieren, aber so weit zu gehen und zu sagen, Rentner Heinz ist nicht mehr unser Problem, das machen sie nicht besonders gern. Das tut noch weh. Dementsprechend dünn fällt auch die Erklärung für jeden Shift auf der Straße aus. Es ist da immer viel Palaver, aber so wenig Konkretes. Die Dinge sind halt einfach so geschehen. Dieses Unbehagen rührt auch daher, dass ihnen dieses Thema aus symbolischen Gründen wichtiger ist, als ich es für strategisch klug halte. Wenn ihr mein Wutwinter-Video gesehen habt, dann werdet ihr ja wissen, dass ich Straßenproteste für ein schwaches, schwaches politisches Mittel in Proportion zum Aufwand halte. Aber diesen Leuten liegt es dennoch am Herzen. Ich nehme an, aus Gründen nostalgischer Idealisierung. Was die Linken zur Zeit haben, die NGOs, die Unigruppen, den Medienapparat, ist effektiver, aber vor allem aus ihrer Sicht auch weniger ästhetisch. Auch auf anderer Ebene war der Fokus in diesem Vortrag wie stets auf die symbolisch einfach zugreifende, aber strukturell unbedeutende Terrorschiene konzentriert. Man meinte dann, Einzeltäter wie Jena von Halle seien keine Einzeltäter, weil sie ihre Taten ja im Rahmen einer von anderen geteilten Ideologie verübten. Ja, das ist wahr, aber das ändert nichts an ihrem Einzeltäterstatus. Denn das Andere, das ist damit nicht gemeint, wie auch jeder weiß, der darüber eine Sekunde nachdenkt. Man hat ohnehin bei all diesen Erklärungen stets das Gefühl, dass 75% immer darauf verwendet werden müssen, das Tun der anderen Seite als unmoralisch und inkompetent darzustellen. Dass dieser Prozentsatz nicht bei Null liegt, ist klar, so sind die Menschen nun mal nicht. Wir verteufeln alle unsere Gegner. Aber dass sich fast jeder Punkt im Nichts auflöst oder in Widersprüchen mündet, das ist schon bemerkenswert. Natürlich ist das aus unserer Sicht nicht nur schlecht. Jemand aus dem Publikum hat die Vortragenden gefragt, was die Rechten denn so machen würden zwischen heute und dem Tag X. Und die ernst gemeinte Antwort war, Waffen kaufen, Munition horten und sich auf Tag X vorbereiten. Es kann eigentlich nur von Vorteil sein, wenn die das ihren Leuten tatsächlich so erzählen. Und natürlich muss es unser Hinweis sein, was wir eben nicht tun sollten. Dieser groteske Boogeyman erfüllt hierbei wieder vier verschiedene Ziele gleichzeitig. Erstens, den Rechten als gewalttätigen Primitivling zeichnen. Check. Zweitens, das eigene Lager zur Handlung animieren durch Gräu-Propaganda. Check. Drittens, staatliche Sanktionierung anregen. Das geht mit Gewalt nun mal am besten. Check. Und viertens, eben ein bisschen die Realität des Lunatic Fringe beschreiben. Ich sag's ja, 75% der Erklärung dienen stets anderen Motiven als einer realistischen Beschreibung. Kein Mensch, der ernsthaft darüber nachdenkt, kann glauben, dass eine realistische Chance für die Eroberung dieses Staates durch Waffengewalt seitens einer Guerillatruppe außerhalb staatlicher Gefüge besteht. Man sehe sich nur den Ukraine-Konflikt an und wie zentral dort das Starlink-System und die schnelle Kommunikation ist. Aber genau diese stünde abtrünnigen Tag Xlern am Tag X ja nicht mehr zur Verfügung. Man wäre sofort blind und organisationsunfähig. Ich halte das alles für einen utopischen Cope, seitens jener, die für politische Arbeit die Geduld fehlt. Aber wie gesagt, wenn die bei diesem Gedanken stehen bleiben, gut für uns. Hier auf YouTube zum Beispiel gibt es die politische Rechte und es gibt Funk, aber kaum etwas außerhalb. Es könnte für uns besser sein, aber es könnte auch viel schwieriger sein. Wir könnten größere Konkurrenz haben. In dem ganzen Vortrag kam die Bedeutung der Konsensfindung durch Medienmacht im Übrigen nicht an einer einzigen Stelle vor. Und das ist abermals gut. Wenn sie diesen Punkt nicht als zentral wahrnehmen, weil Karl Marx darüber nichts geschrieben hat, dann ist das abermals kein Nachteil. Implizit kapieren die das alle, schon klar. Aber das ist doch noch kein systematisches Verstehen und in den Fokus rücken. Allerdings sind all dies bloß Nebenschauplätze, die ich kurz beleuchten wollte. Zentral ist auch in diesem Vortrag das schizophrene Element, wessen sich die Linken durch ihre Neuorientierung ja gerade erst ein wenig entledigt haben. Wieso kehrt das also gleich zurück? Nun, weil sie eben nicht konsequent genug sind, ihr altes Klassendenken auch theoretisch hinter sich zu lassen. Es wäre ja alles gleich viel weniger ein Problem, wenn man sagte, weg mit den Armen, hier mit den Schwulen. Tut man in der Praxis ja auch. Aber wie gesagt, nicht auf dem Papier. Nicht in der Theorie. Das würde ja auch eine gewisse Gefahr mit sich bringen, dass tatsächlich eine altmarxistische Strömung ernsthaft Klientel abgräbt. Hallo, Sarah Wagenknecht. Nun ist das daraus resultierende Problem offenkundig. Die Ablehnung des Kapitalismus zum Beispiel, die Ablehnung des Staates und großer Firmen verträgt sich ganz gut mit einer Vertretung der Arbeiterklasse, aber schwieriger mit einer Vertretung dem Konsum und der Firmenfinanzierung nicht abgeneigten Klientel. Es besteht der Konstitution nach halt ein viel größeres Spannungsfeld zwischen Arbeiter und Fabrikant als zwischen LGBTQ-Person und Fabrikant. Vor allem, wenn letztere einmal im Jahr ihre Firmenzentrale bunt anmalen. Es besteht auch ein viel größeres Spannungsfeld zwischen Arbeiter und Regierung als zwischen Wissenschaft, Universität und einer Regierung, die das alles finanziert und sich ständig auf sie bezieht. Und all dies führt dann dazu, wie es in dem Vortrag auch explizit angeklungen ist, dass neuerdings von rechter Seite die Pharmakonzerne kritisiert werden und die Linken sich plötzlich eher auf deren Seite wiederfinden. Wie hat das der radikale Demokrat noch mal formuliert? Ich glaube, auch durch die Querdenkenbewegung gab es irgendwo so ein Feindbild, wodurch man sich mit der Regierung solidarisiert hat. Ja, genau. Das wäre wohl nicht so eine Position gewesen, wenn sich die Klientel nicht verschoben hätte. Natürlich sind die Linken immer noch Antikapitalisten, diesmal mehr auf dem Papier und nicht in der Praxis. Aber das ist immer noch gut gehegtes, altes, ideologisches Porzellan. Also müssen sie zum Beispiel in dieser Pharma-Sache eine Einordnung vornehmen und kommen dann mit der Erklärung, dass rechte Kräfte ihre Kritik auf Verschwörungstheorien aufbauen, sich darauf versteifen würden, einzelnen Unternehmern die Schuld zu geben, während nur sie selbst zur systemischen Kritik in der Lage sind. Aber das ist eine ziemlich schwache Abwehr. Es gibt ja mittlerweile genug Datenmaterial und kein Mensch in den Kreisen dissidenter Rechter scheut sich, die Verquickung von Pharmaindustrie und Politik durch Lobbyismus als das zu benennen, was es ist. Kein Mensch hier hält die Verzahnung von politischer Sphäre und privatem Unternehmerstand für unproblematisch oder wünschenswert. Und gleichzeitig sehe ich nicht, wo in Zeiten der Pandemie vielgewichtige Worte von linker Seite gegen Pfizer oder von mir aus gegen das System Pfizer geäußert wurden. An irgendeinem Punkt verkommt die alte Leier von wegen alles verstaatlich und dann wird's besser, ja auch nur noch zum Klischee, wenn keine aktuelle Analyse mehr nachgereicht wird, wo und wie die Sache mit den Unternehmen denn schädlich ist. Wie gesagt, Unternehmen und Regierungen sind böse, aber wenn die Rechten sagen, Unternehmen und die da oben sind böse, ist das Verschwörungspopulismus, ist ein schizophrener Zustand, der sich nicht leicht auflösen oder verkaufen lässt. Und deshalb auch das Problem mit den Massen auf der Straße. Ähnliches finden wir ja auch auf anderen Feldern vor. Der Verschwörungstheorie des großen Austausches zum Beispiel. Linke Kritik an diesem Konzept zielt fast ausschließlich auf den Planungscharakter, nicht die Datengrundlage dahinter ab. Das heißt, es wird versucht nachzuweisen, dass die tatsächlich stattfindende und leicht messbare demografische Verschiebung nicht produktaktiver Planung ist und das Ding damit als widerlegt betrachtet. Man würde ja nun gerne antworten, okay, mag sein, dass das nicht geplant ist, einige Kommentare wichtiger Politiker und Persönlichkeiten sprechen dagegen, aber was soll's, wen interessiert's, es findet statt, es hat negative Auswirkungen und darum geht's. Glücklicherweise aber kommt die Konversation selten bis zu diesem Punkt. Vorher wird einer Seite in diesem Disput das Mikrofon abgestellt. Ein willkommenes Thema nun, diese Problematik wie auch die neuerliche Anschmiegung an Großkonzern ein wenig zu deflektieren, ist stets der Klimawandel. Den gibt es, weil der böse Kapitalismus das wahren Bedürfnis der Menschen immer weiter steigert und, naja, vielleicht tut er das in gewissem Maße tatsächlich. Aber, wie gesagt, das Klima ist eine willkommene Begründung, weshalb man weiterhin gegen den Staat, gegen die Unternehmen argumentieren kann, ohne den lästigen Arbeiter zu bemühen, den in diesem ganzen anderthalbstündigen Vortrag, wenn ich mich jetzt recht entsinne, nicht ein einziges Mal vorkam. Er war jedenfalls keineswegs das vorherrschende Thema. Migranten wurden diskutiert, Buchstabenmenschen und Klima. Das ist der Hot Shit. Und besagtes Klima ist dabei selbst mehr als nur ein bisschen eine eigene linke Klientel geworden, was natürlich noch viel wunderbarer funktioniert als der Wechsel von Vorarbeiter zu Hinterlader. Denn das Klima hat keine eigene Meinung. Es äußert sich meist einzig durch sein Sprachrohr die Universität, die aber praktischerweise eine heimische Spielwiese ist. Und genau so wird das Klima auch eingesetzt. Weil immer etwas schwer begründbar wird, gibt es einen Weg, das Ganze durch Umweltschutz zu rechtfertigen. Auch hier ist die Unfähigkeit der Vortragenden das Problem, welches die einfachen Leute damit haben, klar zu benennen, bezeichnend. Das rechte Argument ist nicht, wie dort behauptet, dass die Migranten den Klimawandel verursachen. Die erzeugen hier mehr CO2 als in ihrer Heimat, das ist wahr, aber vor allem geht es um den Klassenkonflikt, dass die bisherige Politik des Klimaschutzes unsummen gekostet und damit den klassischen Arbeiter schwer belastet hat. Das ist der Grund, weshalb die Leute, die heute AfD wählen, die grüne Ideologie nicht mögen. Und es wäre so einfach und geradlinig zu sagen, das kümmert uns aber nicht, weil die Arbeiter nicht mehr unsere Machtbasis, nicht mehr unsere Klientel darstellen. Aber das kann natürlich niemals passieren, weil es für den Fortbestand der moralischen Integrität des linken Narrativs eben essentiell ist, ein starkes altruistisches Element zu enthalten. Ein Kümmereraspekt. Ein Kümmereraspekt über sich hinaus, der in Zweifel gezogen würde, wenn man Leute in der Theorie einfach fallen ließe, obwohl man das in der Praxis ganz eindeutig tut. Aus dieser Unfähigkeit, alten ideologischen Ballast abzuwerfen, wird die Aufhebung der alten Schizophrenie dann mehr als wettgemacht. Deshalb die große Inkonsistenz und Widersprüchlichkeit der Argumente. In meinem Video über die Feindkoalition habe ich ja bereits darzulegen versucht, weshalb die derzeitige Klientelstruktur, die ein deutliches und unkontrollierbares Eigenleben aufweist, dauerhaft kaum stabilisiert werden kann, ohne sich gewisse Anteile zu entledigen oder ihren Charakter merklich zu verändern. Heute möchte ich einen anderen Weg gehen und eine milde Zukunftsprognose wagen. Wann wird die bisherige Klientelstruktur der Linken zusammenbrechen? Die Antwort fällt für mich eindeutig aus, wenn die Klientel in Gänze nicht mehr bedient werden kann. Wir haben ja schon an früherer Stelle besprochen, dass die politische Linke sehr, sehr viel besser daran ist, ihren Subjekten tatsächlich Vergünstigungen zuzuschustern. Die Migranten bekommen Einreisemöglichkeiten und Sozialhilfe, die Buchstabenmenschen bekommen die Flagge, die Kindererziehung und die NGOs. Tja, und wenn wir die CDU wählen, dann bekommen sie das alles trotzdem und die andere Seite des Lagers das Versprechen, dass die Steuern über die nächsten vier Jahre vielleicht nicht steigen. So bisher die Regeln des Spiels. Der große Unterschied zum Klientel der klassischen Arbeiter ist nun, dass die moderne Linke-Günstlingsvereinigung in viel geringerem Maße essenziell für den Fortbestand der Gesellschaft ist. Man könnte zur Not wohl ohne Asylbewerber, Soziologiestudenten und Drag-Queens überleben. Zumindest eine Weile. Ich wage also folgende Spekulation. Es wird der Tag kommen, da es mit der Verteilung weiterer Güter langsam knapp wird. Die Logik der Laffer-Kurve bleibt hier real. Zur Erklärung, die Laffer-Kurve stellt eine Vermutung über den aus staatlicher Sicht optimalen Steuersatz an. Wenn der Staat 0% Steuern erhebt, sind die Einnahmen ebenso 0. Wenn er 100% Steuern erhebt, geht keiner mehr arbeiten und auch dann sind sie 0. Irgendwo dazwischen muss es ein Maximum geben, an dem sich die Arbeitsverweigerung und Melkleistung optimal gegeneinander aufwiegen. Sicher können wir heute beliebig viel Geld drucken, aber auch dieser Zaubertrick gerät schnell an seine Grenzen, wenn der Druck nicht durch tatsächliche Arbeit oder ähnliches gedeckt ist. Die Frage wird also sein, wenn das Fordern an seine Grenzen gerät, kann die andere Seite dann drohen oder fliegt ihr Bluff mit einer schlechten Hand auf? Mit produktiven Menschen, mit Stahlarbeitern lässt sich nämlich leichter drohen als mit Kostgängern. Dieser Punkt, den ich hier beschreibe, könnte gesellschaftlich jener Zeitpunkt sein, an dem die Wichtigkeit von Hardpower-Faktoren wie Leistungsfähigkeit in Relation zur Effektivität der Softpower, also moralische Erpressung oder die Manipulation von Informationen, bisher die Domäne der modernen Linken, invertieren. Das soll nicht heißen, dass damit der Sieg schon errungen wäre, Lenin und Stalin beispielsweise hatten ganz erhebliche Talente darin, sich der Hardpower zu bedienen, aber gesellschaftlich wird dann die Frage sich entscheiden, wie die bisherige Klientellogik sich wandelt. Mit den neuerlichen Entlassungen im Silicon Valley hat sich ein Vorbote dieses Prozesses bereits angekündigt, der tatsächlich so etwas wie eine kleine White Pill darstellt. Die Human Resources sowie Diversity and Inclusion Departments haben dem Vernehmen nach bei den Jobstreichungen eingebüßt, ganz eindeutig deshalb, weil sie, obwohl ohne Konkurrenz in ihrer kulturellen Schlagkraft, für das Kerngeschäft einer Firma weniger essentiell sind, als der Typ, der tatsächlich den Code schreibt. Bisher hat es die politische Linke mit ihrer Softpower, mit ihrer Medienmacht jedes Mal geschafft, die nutzlosen Konservativen zum Kack zu machen. Begehren die auf, werden die Ismen ausgepackt. Ich bin ehrlich gespannt, ob es in Zukunft möglich sein wird, andersherum die Linken zu kacken mit der Tatsache, dass sie auf Kosten ihres Hardpower-Potenzials ihre Softpower überreizt haben. Ich meine, was wollen sie tun? Den Streik androhen und dann zusehen, wie die Gesellschaft besser funktioniert, wenn sie sich nicht an ihr beteiligen? Das wäre wohl sehr interessant mit anzusehen. So, und jetzt genug davon. Nächste Woche wieder was weniger explizit Politisches. Aber diese Gedanken spukten mir nur mal im Kopf herum und es passte gerade so gut zu dem Vortragsmitschnitt, der mir zugesandt wurde. So macht es gut, wenn er wohl umsaugte Klientel und vergesst nicht, wem ihr Lehnstreue und Blindengehorsam zu leisten habt.